Hallo, ich bin Karo Hakase von Undead. Unsere Unit gehört zu RhythmLink und man sagt, dass Ray und ich im Prinzip die zwei Repräsentanten sind. Bis vor kurzem war ich noch so unbekümmert wie die Wellen, die kommen und gehen. Aber jetzt bin ich ernsthaft bei der Sache und nehme meine Arbeit sehr ernst. Ich gebe mir viel Mühe, den Mädchen, nein, den Fans, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ich arbeite unter der Agentur RhythmLink und gehöre der Unit Undead an. Mein Name ist Adonis Otogari. Ich bin halb Japaner. Meine Mutter ist Japanerin, während mein Vater aus dem Ausland ist. Meine Mutter ist selbst früher ein gefeiertes Idol gewesen, welches den Menschen immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Das ist doch mein Ziel als ein Idol. Ich mag es, wenn ich sehe, wie mir die Fans zujubeln. Denn das bedeutet, dass ich meinem Traum ein Stück näher gekommen bin. Ich werde allen zeigen, was in mir steckt. Ich bin Kuga Ogami von Undead. Eine Einheit, die ein Teil von RhythmLink ist. Der Grund, warum ich ein Idol bin? Weil Idols knallhart sind. Ich denke, Undead ist die beste Einheit von allen. Im Gegensatz zu anderen Gruppen hängen wir von Undead nämlich nicht rund um die Uhr aufeinander. Jeder von uns geht seinen eigenen Weg. Wir versuchen, die bestmögliche Version von uns selbst zu werden. Ich werde immer danach streben, besser zu werden. Also feuert uns an! Ich bin Rei Sakuma. Ein Idol. Ein Idol, das in der Einheit Undead auftritt und unter der Agentur RhythmLink arbeitet. Hm. Oh, meine Art zu sprechen? Naja, ich bin ja schließlich ein Vampir. Mein Sprachgebrauch ähnelt dem der Älteren, wegen meines hohen Alters natürlich. Aber keine Angst. Mein Alter hat keinen Einfluss auf unsere Auftritte auf der Bühne. Wenn etwas von mir erwartet wird, so werde ich das natürlich auch ausführen. Egal, wie die Wünsche des Publikums auch sein mögen. Doch zuallererst solltest du meinen Live-Auftritt mit eigenen Augen sehen. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!